Freut ihr euch auf 2023? Ich auch. Ab dem 1. Januar findet ihr hier auf meinem Hirschhausen-Kanal jeden Sonntag um 16 Uhr Videos rund um das Thema Energie. Was meine ich mit Energie? Ich will wissen, woher weiß die Heizung, wie heiß es ist. Aber es geht auch um körperliche und seelische Energie. Was bringt eigentlich Detoxen? Wie gehe ich mit negativer Energie um? Wie lade ich meine eigenen Batterien wieder auf all das? Und warum gibt es gesunde Menschen nur auf einer gesunden Erde? Dafür treffe ich spannende Expertinnen und Experten immer nach dem Motto Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann.